Umfragen des Institutes YouGov zeigen, dass eine Mehrheit der Deutschen höhere Preise zu zahlen bereit sind, wenn die Tiere unter guten Bedingungen gehalten werden. Ganze 59% der Befragten stimmten dafür. 17% hatten keine Meinung dazu, 23% möchten nicht mehr dafür bezahlen. Es gibt zwar schon Labels auf den Fleischpackungen, die die Haltungsstufen angeben, das Bundeslandwirtschaftsministerium will aber neue verpflichtende Logos für Supermärkte in den Verkehr bringen. Die schwarz-weißen Aufkleber sollen mehr Informationen und Klarheit über die Lebensmittelbedingungen in den Ställen geben. Um die Bauern bei den Kosten für den tierwohlfreundlichen Stallumbau zu unterstützen, soll möglicherweise auf Fleischprodukte eine höhere Mehrwertsteuer gelegt werden. Auch ein Aufschlag von 40 Cent pro Kilo Fleisch ist dabei denkbar. Die Ampelkoalition sucht noch nach einer grundsätzlich praktikablen und verpflichtenden Lösung, um die fleischerzeugenden Landwirte von einer Umstellung ihrer Betriebe auf einen akzeptablen Tierwohlstandart zu überzeugen.